In Amerika ist es ja gang und gäbe, Überwachungskameras direkt vor seiner Haustür zu platzieren, um eben aufzuzeichnen, falls irgendjemand Ungewünschtes vor der Haustür steht, was wir ja hier in Deutschland sehr selten machen. Und um genau das soll es heute gehen. Denn wir werden uns gemeinsam 14 der verstörendsten Kamera-Video-Überwachungsaufnahmen anschauen, welche direkt vor Haustüren in Amerika gemacht wurden. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass dort die ein oder andere Aufnahme sein wird, die euch wahrscheinlich nicht so gut schlafen lassen wird. In dem Sinne würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Denn wir schauen uns jetzt 14 der verstörendsten Kamera-Überwachungsaufnahmen an, welche direkt vor Haustüren aufgezeichnet wurden. Alright, wir fangen an, meine Freunde. Das Video ist von Feartales. Ja, ich werde den Kanal unten verlinken, sowohl als auch das Video, falls ihr euch das Original-Video anschauen wollt oder halt eben auch einfach mal auf seinem Kanal stöbern möchtet. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin super gespannt. Let's go. Nummer 14. Uh, okay. Also das ist eine Videoaufzeichnung von zwei Männern, die maskiert sind und in ein Haus einbrechen wollen. Finde ich ja persönlich immer sehr creepy, sowas. Ihnen war auf jeden Fall klar, dass es eine Kamera gibt. Junge, die brechen die Tür auf. Einfach mit ihrem Popöchen. Kann ich euch helfen, Leute? Oh. Huh? Geh weg von mir. Ich hole die Koffer. Aber ihre Pläne wurden gefeiert, wenn ein Mann in der Haus sie auf dem Lied schreit, um sie zu verlassen, sie schreit sie auf. Aua, meine Ohren. Wie lang geht das? Ah, die haben da vorne geparkt. Da vorne ist in ihr Auto. Ach was. Krass. Oh, das ist crazy. Das ist richtig gruselig. Überlegt mal. So, vor allem der Besitzer war ja zu Hause. Der Besitzer war zu Hause und die dachten wahrscheinlich, der ist nicht zu Hause und die versuchen da einzubrechen. Boah, das war creepy. Aber gut, dass schnell reagiert wurde und dass die dann abgehauen sind. Und dafür sind halt solche Kameraufnahmen und solche Kameras halt wirklich gut, weil in Amerika ist natürlich die Kriminalitätsrate viel, viel höher als hier in Deutschland. Dennoch würde ich auch empfehlen, in Deutschland eine zu haben. Wir haben auch eine. Nummer 13. Okay, das ist, okay, das ist wirklich creepy. Stellt euch mal vor, also ganz kurz, stellt euch mal vor, so, ihr schaut irgendwann mal so eure Überwachungskameraaufnahmen an, ja, von eurer Überwachungskamera, die direkt vor eurem Haus ist und eure Tür bewacht und ihr findet nichts und ist alles okay und irgendwann stößt ihr auf einmal auf so eine Aufnahme. Holy, ich könnte nie wieder schlafen. Ich könnte nie wieder schlafen, wenn ich wüsste, dass sich solche Gestalten vor meinem Haus rumtreiben. Aber viele von diesen Kameras zeichnen ja auch erst auf, wenn sie, ähm, wenn eben erst was vor dem Haus ist, ja. Das ist ja sehr oft so, dass die dann erst auslösen und aktiviert werden, sobald die Bewegungen feststellen, wie so ein Bewegungsmelder. Das ist creepy. Holy. To make things even creepier, the uploader says that they don't even have any kids. Also es ist offensichtlich ein Kind oder eine sehr kleine Person und der Besitzer, welcher dieses Video dann geteilt hat, hat gesagt, dass sie persönlich keine Kinder haben. Das ist creepy. Das heißt also, es könnte zumindest kein Kind von ihnen gewesen sein. Super creepy. Boah, ich mag solche Videos ja, ne? Ich find das, ich find das immer sehr, sehr interessant. Oh mein Gott, Alter, was hat der für eine geile Sammlung. Beetlejuice, Michael Myers, einfach in echter Größe. Oh mein Gott, da oben Freddy Krueger. Boah, das hätt ich so gerne. Ich bin so neidisch. Oh lol, die Michael Myers-Figur bewegt sich halt wirklich. Wie? Ah, ganz kurz. Ich dachte, das handelt sich nur um Kameraaufnahmen, die vor Haustüren gemacht wurden, aber scheinbar auch so Überwachungskameraaufnahmen. Creepy, aber keine Ahnung. Hätte man natürlich, hätte man inszenieren können, ja? Also das, er ist halt außen, er ist halt, er hat das Zimmer verlassen, auf einmal bewegt sich das. Also er hätte auch irgendwie eine Schnur oder irgendwie was dran sein können. Also, ja, bei sowas finde ich es immer ein bisschen schwierig, deswegen, da hätte man auch was inszenieren können. Schauen wir weiter. Okay, also das, ähm, der, der Besitzer, welcher diese Kameraaufnahme veröffentlicht hat, hat halt eben gesagt, dass die Kamera auf einmal Bewegung festgestellt hat, weswegen sie aufgezeichnet hat und die eine Meldung bekommen haben. Und dann haben sie auf einmal diesen Mann gesehen, welcher anscheinend Hilfe gebraucht hat. Was zum Teufel. Okay, also er hat gefragt, ob er ein Telefon haben kann zum Telefonieren und sie haben ihm dann anscheinend wirklich eins gegeben. He tried calling someone, but had no luck. He then leaves, heading down the road. Was zum Teufel. Er hat anscheinend irgendjemand versucht anzurufen, aber die Person ist nicht rangegangen und dann ist er halt gegangen. Weird. Also wenn nachts bei mir jemand klingelt und sagt, er würde gerne telefonieren. Ihr könnt euch sicher sein, ich mache der Person nicht auf. Holy. Nummer 10. Also ganz kurz, das sieht richtig geil aus. Und das ist, warum ich Amerika so liebe. Weil die ist einfach, für die ist Halloween halt ein Riesending. Hier ist es ja leider nicht so, was ich sehr schade finde. Es gibt sehr wenig Leute, die Halloween so wirklich feiern. Aber die Amis, die tun halt wirklich alles dekorieren und es ist so richtig crazy und überall irgendwas mit Skeletten und Kürbisse und alles. Und das soll anscheinend eine Deko sein, die Leute erschrecken soll. Mal gespannt, was da passiert ist. Ah, okay. Das ist cool. Das ist richtig geil. Okay, das war nicht gruselig. Aber das hätte ich auch gerne. Boah, das war sick. Das fand ich richtig cool. In this clip, a young kid walks up to the door on Halloween night and makes a weird face. A few seconds later, one of the young boys that lives in the house opens the door and screams at the kid for some random unexplainable reason. Ich hätte mich auch erschrocken, wenn da auf einmal so zwei maskierte Clowns bei mir klingeln. Holy. Dann wäre ich ja sowas von raus gewesen. This creepy security footage was recorded in this basement and captures the moment in which a strange ghost-like shadow runs around in the room. Okay, das ist auf jeden Fall irgendeine Nacht auf, äh, Überwachungskamera, wer hier das Wohnzimmer aufzeichnet und dort soll man anscheinend irgendeinen Geist gesehen haben. Hm. Na, ich weiß nicht. Wir haben schon sehr viel davon gesehen und ich finde diese Aufnahmen immer sehr merkwürdig. Na, I don't know. I don't know, was ich dazu sagen soll. Nummer 7. This homeowner in Texas found out that this crazy stranger was attempting to break into their house at 1am and it was all captured on video. Was? Also, okay, da soll anscheinend diese Person versucht haben, bei ihm zu Hause einzubrechen und er hat ihn sich geschnappt. Also, irgendjemand wollte da einbrechen und der Besitzer hat's mitbekommen. Holy. I mean, you have no idea how lucky you are. No, keep... Was ein Weirdo. Das hat mich übel an dieses eine Foto erinnert. Warte mal kurz. Das ist doch wohl nicht dieselbe Stelle. Wartet mal ganz kurz. Ich suche mal schnell das Foto raus. Ich habe jetzt gerade mal das Foto geholt, aber es ist nicht... Nee, es ist nicht das gleiche Haus. Nee, ist es nicht. Aber es sah übel ähnlich aus, weil die Kamera genau gleichgerichtet ist. Ich denke, der eine oder andere kann sich noch an dieses Foto erinnern. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Über einen Mann, bei welchem die ganze Zeit die Meldung kam, dass irgendjemand vor seiner Haustür steht. Und das immer mitten in der Nacht. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu Hause. Und irgendwann kam er nach Hause, hat sich die Fotos angeschaut und hat dann das hier gesehen. Irgendjemand ist jede Nacht bei ihm vorbeigekommen, hat geklingelt und hat dann so in die Kamera gestarrt. Das ist so creepy. Und deswegen dachte ich gerade, das wäre dasselbe Haus. Aber ist es nicht. Machen wir weiter. Nummer 6 Was? Also das ist auch eine Kamerüberwachungsaufnahme. Und dieser Mann gehört da gar nicht hin. Der Mann wohnt da nicht. Und der kommt da einfach so rein und tut so als wäre nichts. Das ist ein wild fremder Mann. Was zum Teufel? Alter, in Amerika passieren Dinge, ey. Ich hätte gern gewusst, was danach passiert ist. Ich hätte gern gewusst, wie das ausgegangen ist. Schade, dass wir das nicht erfahren haben. Ihr müsst euch mal überlegen. Ihr chillt so. Oder ihr seid gerade nicht zu Hause. Ihr kommt dann nach Hause und seht, oh da war irgendwas bei mir daheim an der Kamera, wurde irgendwas ausgelöst. Schauen wir mal, was da ist. Und ihr seht auf einmal, wie so ein wild fremder Mann bei euch zu Hause reinsteppt und in die Kamera schaut. Oh mein Gott. Nummer 5 Okay, eine Frau, die versucht in eine Garage einzubrechen. Eww, ein Agen. Hi, two, drei. Hi, two, drei. What the hell? What the hell? What are you doing here? Oh my goodness, you got the fat. Ich verstehe, dass ich nicht mehr war. Ich verstehe, dass ich nicht mehr war. ... meisten. Ohr, okay, komm her. Okay, ich komme. Das am Christine vìruck. Ohr, nix. Das ist creepy. Also anscheinend irgendein Typ, der sich das Haus ganz genau anschaut und überlegt einzubrechen. Sie sehen mich? Ich brauche eine Cigarette. Es ist ein Dorf hier. Ich will ob sie haben die Kameras. Nein, das ist egal. Sie sehen mich selbst. Sie haben die Kameras? Äh, nein. Ich muss mich auf die Masse tragen. Bist du es? Sie sehen mich? Hey, get your ass weg, Mom! Glückwunsch, der Mann entscheidet, um weg zu gehen und keine Probleme zu starten. Krass. Nummer 3. Das ist halt auch krass, gell? Müsst ihr euch mal überlegen, da steht einfach so die Haustür offen und so ein Typ steppt da einfach rein. Und das wurde aufgezeichnet für die Nachbarin. Das hat jemand auf TikTok gepostet von seiner Kamera. Also seine Kamera hat gleichzeitig auch noch die Haustür von seinem Nachbar gefilmt oder von seiner Nachbarin und da ist einfach jemand reingesteppt. Und ist dann irgendwann wieder abgehauen, nachdem er gesehen hat, dass jemand drin ist. Was, 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 was ist das für manchen Leuten? Ihren Kopf los, ey. Ich find das so creepy. Ja, okay, das ist Assi. Diese miesen Schweine. Boah, wenn ich euch erwischen würde von meinem Haus, gell. Guck was die machen. Die schönen Kürbisse. Warum? Warum würde man zu was machen? Okay, Nummer 1 soll uns anscheinend schockieren. Ich bin gespannt, was es wird. Ich bin, ich bin recht spannend. Ich bin gespannt. Einer der Familienmitglieder in diesem Video kriegt eine Kürbisse und ist bereit für das Schlimmste, wenn dieser Fremder in den Thanksgiving versucht hat. Okay. Ein fremder Mann, welcher an Thanksgiving versucht hat, in ein Haus einzubrechen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist das der Fremde? Ich bin gespannt. Oh, die ist's! Ich bin gespannt. Er kam zu unsere Haus, von corden. Oof, six… Ich laundini ange据 Pokekente. Hey, hierạioh, hier haben Sie nicht gesch� ciudad Gänse. Frau, es geht nicht soin! Ich habe schon damit weggebracht. Anh falast mich nicht! Get out hier! Get out of here. Oh Hat er auf die geschossen? Hat er den niedergeprobiert? Was ist da passiert? Was ist am Schluss passiert? Das war erschreckend. Ja, da hat er wohl recht, ne? Das war der Beweis dafür, dass selbst an so schönen Feiertagen niemand sicher ist. Niemand, wirklich niemand sicher ist. Crazy. Das war ein sehr cooles Video. Ich mag diese Art von Videos sehr. Finde ich sehr spannend. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ein kleines Reaction Video, weil ich dieses Thema selber sehr gerne aufgreifen wollte. Und mir dachte, hm, es gibt schon so viele Kanäle, die das eigentlich schon machen. Das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich selber darüber spreche. Weil das ist einfach nur doppelt und dreifach gemoppelt. Also schauen wir uns doch einfach einen YouTube-Kanal an, der genau über diese Themen berichtet und uns solche Videos zeigt. Ich fand es mega creepy. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Fandet es auch gruselig. Und hat euch das auch so ein bisschen, ja, ein unsicheres Gefühl gegeben. Und euch irgendwie gezeigt, man sollte wirklich immer sicher gehen, dass man alles abgeschlossen hat, wenn man sein Haus verlässt. Wo man daheim ist. Immer ein bisschen aufpassen. Natürlich, das ist Amerika. Amerika ist nochmal ein ganz, ganz anderes Pflaster. Das ist nicht mit Deutschland zu vergleichen. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich dachte mir, der eine oder andere wird bestimmt dieses Video interessant finden. Weil ich persönlich diese Themen auch sehr, sehr spooky und vor allem interessant finde. Wenn ihr mehr zu solchen Themen sehen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Natürlich wieder sehr gerne auch Video-Wünsche und Video-Vorschläge. Könnt ihr alles unten reinschreiben. Ich bin euch natürlich immer sehr dankbar dafür. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensor, CyberPsychoXX, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanovski, Kinga1613, Löwe2002, Marie Pantu, Marie21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan95, Rexitv, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonat Ümitzakir, Sophie Steffi, Steven Leed, Tombi27Jakobi, TottiBotti, Verena Albera, Xchavi, YasuChan, Yvonne, Angelina R., AsmaRuby, Eisel, Beatrice König, BestiLea, Betty F., BloodsWandBreed, BrodiesRainbow, Claudia Stetter, Daniel, Dapassi, DG85, Deluxe, Denna, Ehrenblue, Ella, Enga, Fabienne Janitzer-Würsching, Florian Wilding, FluffyXO, FreshCallboy, Gabba192, GameStar, Giuseppe Corrado, GoHard, IceBlue, IsShowOK, Isabel Wernicke, Yannick Peters, JenJen, Jennifer Kark, Joel Schnell, Jules F. Mew, Juna Daluna, Justin Richter, Kai, Kilian, Kim S., Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberg, Live gespielt, Juan J. Rowe, Madia, Ahmed, Mandy172, Markus Pürasch, Mario Mayer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Mary Lou, Matthias H.M., Max, Michael, Elmira Jane, Mr. Passo, Nancy Koch, Nico Hund, Nikolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones-Leitenbauer, NWSHTZ, Rainbow Panda, Zagaria3, Sangis Angelus, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Strubbel H., Susi Nowakowitsch, Sven Schulz, Tina Karamann, Xenia, Yolandi, Neko Carti, Zeffi Rao und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank. Vielen Dank.